Wir freuen uns heute, Boris Herrmann hier willkommen zu heißen. Er hat schon dreimal die Welt gefliegt. Ja, vielen Dank. Hallo, liebe Kinder. Ich zeige euch mal meinen Bildschirm, okay? Hey, super. Wie viele sind wir eigentlich? Äh, 67 bis jetzt. Wow, super. Liebe Kinder, ähm, was stellt ihr euch vor unter einem Abenteuer? Ich hoffe, ihr seid alle große Abenteuer-Fans. Ähm, myoceanchallenge.org. Vielen Dank. Das war total super. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Eugen. Schade, dass ich euch nicht persönlich treffen konnte. Vielleicht können sie mal zu uns kommen, wenn es alles wieder anders ist. Ja, hoffentlich. Hoffe ich auch. Herzliche Einladung. Vielen Dank, liebe Kinder, für euer Interesse und eure super Fragen. Ja, tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Es ist gut. Danke. Tschüss. Mmag. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020